Ich lockere heute nochmal auf um 25.000 Euro, die nächste Woche eine schöne, färfliche Konversation gehen. Und ich hoffe, wir folgen der Leute mit Geld in ihren Taschen. Danke! Das ist absolut geil! Thank you, merci, we're done, thank you, you're welcome, you know, thank you very much. Help us, we're helping you too. Hallo, ich wurde gerade hier am Zaut angesprochen. Hier möchte jemand auch noch euch was erzählen. Sie hat mich am Sturm gefragt, ich gebe dir jetzt einfach mal das Mikrofon und sage, was du uns zu sagen hast. Hallo? Ich bin Paul aus Konstanz. Ich gehe in Kreuzing in der Schweiz in die Schule. Wir haben dort weder Abstandsregeln noch Abstandsmarkierungen an den Schulgebäuten. Die Klassen werden nicht getrennt und alle Schüler dürfen miteinander spielen, Spaß haben, ringen und raufen und sich umarmen. Ich stehe hier, um euch zu sagen, dass das geht, dass das Spaß macht und dass ich mir das auch für alle Schulen und auf der ganzen Welt wünsche. Ich verstehe nicht, warum wir 200 Meter hinter der Grenze anders verhalten sollen, als bei uns an der Schule. Wir haben seit Mitte Mai bereits wieder normalen Schulunterricht. Nur müssen wir zum Unterrichtsbeginn uns glücklich die Hände und Seifen waschen. Und wir benutzen zwei verschiedene Treppen auf- und Untergänge ab. Ansonsten ist unser Tagesablauf ganz normal. Wir sind alle gesund. Wir sind alle gesund.